Welcome to the fire, I'm the one with the fire. Hi Freunde, herzlich willkommen zum In-In-Outside-EU-Podcast, das ist Folge Nummer 48. Wir sind wieder eure Hosts, die Jassi und der Marco und das Thema heute sind Verletzungen. Kannst du mal sagen, was für Verletzungen wir gedacht haben, dass wir heute so ansprechen? Also generell Verletzungen, weil das Thema hat man noch nie und wir hatten es ja jetzt schon öfter mal, dass Leute verletzt sind oder auch krank, das ist ja in dem Augenblick, wo man sich eine Verletzung zuzieht, es ist jetzt egal, ob das hier ist oder außerhalb oder einfach mal was dumm läuft, kommt ja auch vor, oder man blöd krank wird, das ist jetzt ja noch viel mehr wahrscheinlich, ist ja für das erste Mal immer ein Drama meistens oder es wirft einen zurück oder man denkt zweimal gerade so gut im Training und es schmeißt einen wieder aus der Bahn, weil man so eine blöde Verletzung hat oder weil man so blöd krank wird und einfach diese Sichtweise mal zu nehmen, dass es nicht nur negativ ist, sondern dass es meistens auch eine Chance ist, was besser zu machen. Ja und vor allen Dingen aber auch, wenn du es verkehrt angehst, dann dreht sich die Spirale eigentlich immer weiter nach unten. Das heißt, du kommst aus dem Strudel ganz wenig raus. Ja, jeder kennt das, du warst krank und dann irgendwie fängst du früh an. Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche, aber die Post... Ja, die Post eskaliert gerade extrem, ob man das vielleicht nochmal kurz ab oder du schneidest es raus nachher. Ne, wir tun ja nicht mehr, wir machen ja kein Sensor-Shirt im Podcast. Ne, das passt schon so. Ja, okay. Was soll ich sagen? Genau, dann ist das wie so eine Art Spirale, die sich dann immer weiter nach unten dreht. Dann kommst du einfach nicht mehr auf die Beine und jeder kennt das wahrscheinlich auch, also ich kenne das viel von Freunden von mir, die sind dann krank und dann wieder nochmal drauf krank und nochmal drauf krank, weil irgendwie... Und dann richtig krank. Genau, gehen sie dann zu früh in die Arbeit oder zu früh zum Sport oder dann kommt halt irgendwie doch noch irgendeine komische Dummheit hinterher. Meine Güte, jetzt eskalieren sie ja wirklich. Vor allem mittags, gell? Ja, komisch. Ja, aber ich glaube genau diese Dummheiten kommen eben, weil man sich denkt, ja, es passt mir gerade nicht, mir reichen zwei Tage zum Auskurieren oder ich habe eine Verletzung, mir reicht eine Woche Pause und dann mache ich wieder weiter. Und das, glaube ich, kommt eben von dieser Einstellung, ja, es passt mir nicht, das ist was Schlechtes für mich, ich kann das nicht positiv nutzen. Und ich finde, man kann jede Verletzung, jede Krankheit nach dem Anfangsschock, sage ich mal, wo man halt merkt, okay, es passt irgendwas nicht, schon nutzen, um darüber nachzudenken, wie kann ich diese Situation jetzt positiv gestalten. Mein ganz blödes Beispiel, ich hatte vor... blödes Beispiel, reales Beispiel, hatte vor fünf, sechs Jahren ist mir ein Stück weißer Hautkrebs an der Schulter weggeschnitten worden, gar nichts Dramatisches, war nur ein kleiner Schnitt, aber ich hatte den Nabel. Und konntest du nicht curlen? Und ich konnte halt den Arm dann, solange die Fäden drin waren, nicht hernehmen und so weiter. Das, wo du so gerne curlt, musstest du leider Squats machen? Naja, es war ja Schulter, es war ja Schulter. Ja, Squats gingen dann zum Beispiel auch nur hinten, weil eben vorne die Naht war, aber ich habe in der Zeit halt alles mit dem linken Arm gemacht. Und das habe ich gleich als Chance gesehen, weil als Rechtshänder ist der Rechte meistens eh stärker und gut in Schuss. Und dann habe ich halt die vier Wochen, glaube ich, wie es waren, genutzt, alles mit der linken Hand zu machen. Dass ich dann Dumbbell-Truster mache mit links und so weiter. Und einfach dieses Mindset ändern, das sind Sachen, die man nicht verhindern kann. Eine Verletzung ist dann passiert, so dumm wie es ist. Und dann kann man sich überlegen, will mir das Universum vielleicht damit was sagen, dass mir jetzt das passiert ist, ist das vielleicht ein Wink mit dem Zaunfall, ich sollte mich um meine anderen Baustellen mal kümmern. Vielleicht habe ich irgendwelche extremen Disbalancen, extreme Mobility-Einschränkungen, die vielleicht dazu beigetragen haben, dass ich mich verletzt habe, wenn das kein blöder Unfall ist zum Beispiel. Ja, ich würde das eher anders umschreiben. Ich würde sagen, habe ich vielleicht für irgendwelche Dinge, die ich machen will, die Range of Motion nicht. Oder irgendwelche Bewegungsmuster, die dir halt fehlen, die dich dann, sage ich mal, ein bisschen bereichern würden, wenn du sie hättest. Ich glaube, das Schwierigste an so Verletzungsthemen ist, dass die Menschen schlecht einschätzen können, inwieweit du da wirklich jetzt, sage ich mal, Pause machen musst oder wie lang gewisse Dinge einfach auch brauchen, bis du sie wieder in Anführungsstrichen auskuriert hast. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen überquatschen. Das ist wahrscheinlich von Person zu Person sehr verschieden, je nachdem, was es auch für eine Verletzung ist. Keine Ahnung, Meniskus zum Beispiel, Knie, ja, dann ist es erstmal, okay, das ist da, Knie ist dick. Dann ist ja meistens abklären, muss operiert werden, muss was rausgeschnitten werden oder kann man es so lassen. Und je nachdem ist es halt ein ganz anderer Verlauf. Aber es heißt ja trotzdem nicht, ich kann mich nicht, gar nicht bewegen. Also Alltag muss ich auch irgendwie gestalten. Das heißt, wenn ich eine Verletzung oder eine Krankheit habe, wo ich einen Alltag hinbringe, dann habe ich auch immer die Chance, zumindest etwas sportlich zu tun. Sportlich, mir groß definiert einfach als Bewegung. Weil ich glaube, das sollte inzwischen jedem klar sein, dass sechs Wochen Pause machen, nur auf der Couch liegen und nichts tun, nichts besser macht. Nee, dann gehst du lieber spazieren oder irgendwas. Und wenn man jetzt am Knie was hat, dann kann man immer noch Oberkörper trainieren. Wenn man oben was hat, kann man immer noch Beine trainieren. Wenn man krank war und irgendwie, angenommen jetzt mal auch Corona hatte, wo man einfach lang nicht hochdrehen kann, dann ist es ja gut, dann kann man sich ja eher mal auf die niedrigere Ausdauer, bis in den Grundlagen Ausdauer machen, anstatt immer nur Vollgas zu fahren. Also es gibt immer sozusagen eine Chance, die aus dieser Verletzung oder Krankheit besteht. Das stimmt. Ja, weil du gerade Knie angesprochen hast bei vielen Leuten, wenn es dann zum Beispiel auch die Sehne ist, macht es ja dann auch Sinn, dass du dann, wenn du Sport machst, auch dein Reha-Zeug machst. Also zum Beispiel irgendwelche exzentrischen Sachen oder was du auch immer dann halt verschrieben bekommen hast. Weil gerade so bei Sehnensachen ist in den seltensten Fällen komplette Ruhe geben, das Heilmittel dafür. Also das wird davon meistens nicht besser. Vor allem, wenn du halt gar nichts machst und dein Gelenk mehr oder weniger still legst, atrophieren dir auch die Muskeln rundherum. Das heißt, das, was dir vorher Stabilität gegeben hat, ist noch dazu auch noch weg. Ja, voll. Hast du mal gröbere Verletzungen gehabt, die dich rausgeschmissen haben aus dem Sport, den du zu der Zeit gerade gemacht hast? Also bis auf, die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt, dass ich mal ausgerutscht bin auf dem Glatteis und mir dann sozusagen, ich glaube, den Ellbogen gebrochen habe. Ob es jetzt wirklich so war oder nicht, kann ich echt nicht sagen, weil ich ja nicht beim Arzt war. Aber ich habe es dann erst Jahre später halt mal anschauen lassen. Und ja, da sind so ein paar Knochensplitterchen halt drinnen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das eben von damals so gewesen ist. Und das hat mich natürlich so mal mehr, mal weniger so rausgenommen, wenn ich es halt mal mit irgendwas ein bisschen dumm übertrieben habe. Ja, also insofern schon. Wobei ich halt mittlerweile festgestellt habe, dass meistens, wenn du halt irgendein Areal hast, was so ein bisschen zwickt, kannst du es eigentlich am leichtesten vermeiden, wenn du dich darum kümmerst, warum ist das Ganze. Also in seltensten Fällen ist es jetzt, sage ich mal, zum Beispiel im Fall vom Ellbogen, ist im seltensten Fall tatsächlich der Ellbogen schuld. Sondern dann halt meistens irgendwie komisches Kompensationsmuster aus der Schulter oder ein Handgelenk oder was weiß ich was. Ja, haben wir ja die Folge auch mit der Phoni gemacht, mit der einfach gesamtheitlichen Betrachtungsweise vom Körper. Von daher gesehen. Ich glaube, man muss halt herausfinden, was macht sein Job nicht. Aber auf den Ellbogen fallen ist natürlich ausrutschend. Das ist ganz klar. Ich glaube, ich habe erst heute früh oder gestern noch einen Tweet von einem gelesen, der Physiotherapeut, der es auch Crossfit gemacht hat. Und Fitness Pain Free nennt sich der. Und er sagt, dass 90% aller Kniebeschwerden entweder vom Sprunggelenk oder von der Hüfte zum Beispiel kommen. Also dass das Knie ganz, ganz selten verursacht ist. Fuß könnte ich mir auch viel vorstellen. Einfach, dass man sieht es ja voll oft auch, wenn jetzt gerade mit so diesem Parade Crossfitter, wo halt, wir haben oft schon darauf rumgeritten, wo jede Korrektur ist einfach nur, stell dich auf die Ferse, stell dich auf die Außenkante vom Fuß und nimm das Knie raus. So haben wir schon mal gesagt, was hat das mit dem normalen Alltag zu tun? Ist dein Knie da immer draußen? Ist dein Fuß immer nur auf der Außenkante? Wenn die Natur gewollt hätte, dass wir immer nur auf der Außenkante alles machen, dann hätte sie uns solche Füße nicht gegeben. Oder wir hätten alle O-Beine. Dann hätten wir ganz andere Füße. Das heißt, es ist auch komplett normal, dass man den Fuß wirklich auch auf der Innenseite dann belastet, wenn es sich halt so gehört. Von daher gesehen, ja, ist schwierig. Ein Beispiel ist, wenn wir im Sand gehen. Da muss das ja in alle Richtungen funktionieren. Ja, voll. Und da wollte ich sagen, Paradedisziplin, genau bei sowas, haben wir ja auch dann viele Knie. Vielleicht könnte das ja zusammenhängen. Und was ich nur zu meinem Ellbogen vorher auch sagen wollte, ich habe mich natürlich dann auch dabei ertappt, dass ich gewisse Kompensationsmechanismen schon einfach mir angewöhnt habe. Einfach dadurch, dass er dann wehgetan hat. Logischerweise nach dieser akuten Verletzung war er nie so richtig ganz gestreckt. Und ja, dann bin ich halt einfach durch die Welt gegangen mit einem nicht ganz gestreckten Ellbogen und habe dann natürlich auch damit angefangen, so zu trainieren. Und das war dann für mich sozusagen der Normalpunkt. Aber irgendwann habe ich dann schon auch gemerkt, so ja, okay, war jetzt zwar nie die, also ich soll sagen, so richtig mobil in der Schulter, war ich diesbezüglich nicht. Aber ich habe mich auch sehr wenig damit beschäftigt, wie meine Schulter steht am Anfang. Und das war jetzt nicht unbedingt förderlich. Und es ist normal, glaube ich, wenn du im Training anfängst, wie viel Gedanken macht man sich groß. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mich nicht groß verletzt habe, weil ich es halt nie übertrieben habe. Aber ich habe dann schon gemerkt, so okay, wenn es halt alles mal ein bisschen besser laufen muss, dann muss ich mich schon auch mal damit beschäftigen, dass ich mich mit meinem Bewegungsmuster auseinandersetze und mit meiner Position. Das haben wir ja auch schon öfter angesprochen, dass wenn du es im Alltag ja nicht merkst, weil du nie die Hände über den Kopf nimmst, merkst auch gar nicht, dass deine Beweglichkeit da nicht reicht. Und dann bist du zum ersten Mal hier, machst du einen Klimmzug oder machst du einen Schollerpress und merkst, hey, das da oben ist aber komisch. Ich würde noch mal ganz gerne auf dieses Squat-Thema eingehen, was wir vorher besprochen haben. Nämlich, dass, wenn du zum Beispiel immer, Beispiele können wir nochmal machen, dein Knie immer nur draußen hast, massiv. Ja, was passiert denn dann, wenn es mal unter Last reinkommt? Dann verletzt du dich wirklich. Nichts Gutes, weiß ich nicht. Genau, deswegen ist ja eigentlich der Crossfit-Gedanke, dass man eben Functional Movement, was auch immer das jetzt so bedeuten mag. Das ist halt für jeden auch ein bisschen individuell, was du da machen möchtest. Aber dass wir halt auch nicht nur in einer Range halt stark sind, sondern eben auch in verschiedenen. Und gerade so Gelenke, die rotieren, sollte man halt auch in verschiedenen Ebenen halt stark kriegen. Deswegen ist dieses Übermäßige, immer nur in eine Richtung zu denken, halt vom Crossfit her manchmal ein bisschen eindimensional. Also nicht vom Crossfit selber so, aber manche Leute setzen es halt manchmal so um. Ja, es ist ja, dass diese Cues, über die wir schon öfter gesprochen haben, mit Chest Up und Knees Out, ja eigentlich die Korrekturen für die zwei häufigsten Fehler, die man sieht, die gemacht wurden, sind das die häufigsten Cues, dass die Knie eben reinkommen, dass man eben in sich zusammenfällt. Bei einem Squat als Mensch, und dann ist das Erste, okay, es sollte neutral sein für die Bewegung. Lassen wir es mal so stehen, das können wir ewig diskutieren. Aber das waren die Cues, dass man in der neutralen Position bleibt, die an sich, die physiologisch erstmal beste ist für die Bewegung. Aber durch das, dass man es dauernd den Leuten zuruft, übertreibt man es. Wenn man jetzt sieht, wenn ganz viel, gerade bei den Amis, mit diesen Knees Out, Chest trainiert wird, dann sieht man, wenn die Squatten von außen, dass das Knie außerhalb der Füße ist. Katastrophe. Da ist das Knie quasi außerhalb der Fußsohle und außerhalb der Ferse weg. Und das ist halt super übertrieben. Ja, und da kommt, natürlich kriegst du dann unteren Rücken, natürlich kriegst du dann Hüfte und Ding. Und das ist genau das, was ich mir gerade überlegt habe. Wahrscheinlich kam das Ganze daher, dass dieser Klischee Amerikaner, ich muss es jetzt einfach mal so blöd sagen, die wahrscheinlich damit so diese Masse, gerade diesen Feld zurück, was Greg Lessman eben damals gemacht hat, so gegen Obesity, gegen Diabetes, und Schnickschnack und so. Gegen Karpz und Sitzel. Genau, da ist halt in der ihrer Vorstellung, okay, der Klassiker, der bei uns reinkommt, ist einfach so degeneriert, sage ich mal, dass dem seine Knie nur reinfallen, dass der nur auf der Innenkante vom Fuß läuft, dass der komplett runden Rücken hat, vom ganzen Tag sitzen. Und dieses Amerikanische, ich mag nicht gerne über einen Haufen scheren, aber nachdem der Sport halt daher kam, kann ich mir das schon vorstellen, dass sie sich halt gedacht haben, okay, 90 Prozent der Leute kriegen diese Korrektur, die bei uns so nach dem Motto reinlaufen, und deswegen hat sie es vielleicht so angewöhnt. Und wie du sagst, dann machen sie es zu lange, und dann übertreibt man es vielleicht. Kann sein, es ist jetzt auch wirklich nur Bro-Science. Aber egal, dass es einfach so entstanden ist. Also die Grundidee dahinter ist sicher gut, man übertreibt es halt. Man setzt dann keine Körnerkörner, quasi im Rahmen, in dem es zu viel werden würde. Also zu viel werden würde, wäre es wahrscheinlich, und selbst das habe ich auch getestet, wenn du jetzt Kniebeugen machen würdest, wo sich die Knie vorne berühren. Also wirklich, wenn die sich unten berühren, dann ist das vielleicht so ein kollabierendes Knie. Aber selbst da, wenn man die Tiere sieht, die wenn schwer beugt, ist es fast so. Ja, aber die nimmt es im letzten Drittel, man sieht, sie nimmt es extra rein, damit das Knie wieder über den Fuß steht und sie damit, also beim Front Squat, das ist bei ihr massiv vor allen Dingen, dass sie es dann wieder hoch bekommt und die bewegt da ganz ordentliche Lasten. Also auch... Und es scheint halbwegs gesund zu sein, weil sie macht es jetzt schon ziemlich lang. Deswegen, das ist ja das, was ich sage, wenn der Körper die Range of Motion nicht kennt und plötzlich kommt eine Last drauf, dann ist klar, du verletzt dich, aber wenn du immer in dieser Range auch trainiert hast. Und ja, das ist ja genau das, was wir unserem Körper geben wollen, verschiedene Optionen, damit halt, wenn was ist, haben wir auch schon mal gesprochen mit dem Fallen oder was, wenn du halt viel Gymnastik gemacht hast, wenn du dich im Handschirm bewegen kannst, wenn du halt auch mal weißt, wie du umfällst, naja, wenn dann wirklich mal ein ernster Fall ist und der Boden ist hart, dann weißt du wenigstens, wo du bist, das ist eigentlich genau das gleiche Beispiel. Du hattest halt vorher viele Optionen und wenn es halt drauf ankommt, dann kannst du die nutzen. Du hast eine Option mehr. Das ist das, was wir mit Bewegungserfahrung ja schon oft ansprechen. Und dann hast du halt deinen Puffer gegen Verletzungen. Genauso auch, was wir gesagt haben, mit dem immer mal wieder Wiederholung in den Tank lassen, nicht immer mal all out gehen, tatsächlich vielleicht auch mal all out gehen bei gewissen Dingen, wo du es wirklich nach Plan machst, weil auch das kann dir mal irgendwie passieren, dass man so ist. Ja, Alltag ist ein komisches Ding. Ja. Ja, und generell, um nochmal auf die Verletzungsthematik zurückzukommen, wenn ihr irgendwas habt, sei es krank, sei es Verletzung, sei es sonst irgendwelche komischen Sachen, die euch vermeintlich vom Training abhalten würden. Fragt einen von uns. Sagt uns das. Wir finden eine Lösung. Wir finden auch in den Stunden eine Lösung. Habt da keine Scheu zu denken, ja, aber ich halte dann alle auf und immer muss Rücksicht genommen werden. Nein, lieber ihr kommt her und macht was, als dass ihr irgendwann ganz raus seid und euch gar nicht mehr bewegt. Also der Engine war der Alex ja ab und zu, der ist ja vom Radl gefahren worden, hatte mit der Halswirbelsäule was. Ja, dann nehme ich natürlich Rücksicht und dann wird es mit der Zeit auch wieder besser. Nichts zu trainieren ist immer die schlechteste Option. Ja, das habe ich gerade dick, wenn du irgendwelche Leute fragst, hey, ist irgendwie alles gut und so, sondern siehst du schon so komische schmerzverzerrte Gesichter und dann wird sich irgendwie an die Schulter oder was weiß ich was gelangt. So ein Training, das darf nicht sein. Also ihr kommt ja damit es euch besser geht. Genau. Es ist sicherlich wirklich nicht so, dass man unter Schmerzen trainieren sollte. Ja, und von daher gesehen, da muss man sich dann einfach auch mal so Gedanken machen, macht das Sinn. Auf der anderen Seite kann ich dir auch echt sagen, ich habe ja auch mal so ein, ich weiß nicht, war so eine Art Workshop oder Fragerunde da, eine Firma da hier ums Eck, die hatten so ein, ich glaube es ging um Frauen im Arbeitswesen oder was. Und da war eben auch so ein Teil, wollten sie halt über Sport, so einen kleinen Vortrag oder was weiß ich, ist das schon ewig her. Und danach haben die Frauen da super, super viele Fragen gehabt und diese Wehwehchen, mit denen die angekommen sind, die haben, ich habe sie wirklich gefragt, keiner von denen hat Sport gemacht, aber die Wehwehchen, die waren so teilweise, ja, als würden sie Sport machen und falsch trainieren. So, weißt du, was ich meine? So, keine Ahnung, Klassiker, so Schulter-Impingement, was dir quasi jeder zweite Arzt halt irgendwie diagnostiziert, wenn du irgendwie den... Schulter hast. Ja, Hand über Kopf nimmst und dann so einen Engstand schaffst und dann tut es halt weh, so auf die Art und Weise, ja. Da habe ich mir gedacht, okay, denen geht es auch so und die trainieren halt überhaupt nicht. Ja, sie trainieren nicht, haben aber schlechte Positionen und da kommen wir wieder zurück. Wenn ich den ganzen Tag so an der Maus sitze, ist das Impingement unvermeidlich. Ja. Wenn ich dann, wenn man das Paradebeispiel nimmt von Männern, die dann vielleicht trainieren, sitzen auch den ganzen Tag so und gehen dann noch zum Benchen. Sehr gut. Und machen es dann durchs Training. mit der Langhandel. Genau, was die anderen einfach nur das haben. Genau. Wenn du jetzt wenigstens noch mit der Kurzhandel bench, dann kann ich sagen, okay, dann hast du wenigstens noch hier die Rotationskomponente und bewegst die Schulter, sag ich mal, gegengleich, aber wenn du dann auch noch alles festmachst und dann noch gegen die Langhandel arbeitest, dann ist das natürlich vielleicht nicht unbedingt. Also, ja, dann machst du ja genau wieder das, du gibst deinem Körper mehr von dem, was er eh schon hat und absolut gar nichts von dem, was er eigentlich nie kriegt und was er auch mal halt berüchte. Thema Disbalance, was du vorhin gesagt hast. Ich mag diese ganzen Worte nicht so, weil es wird ja immer mal gerne so in den Raum geworfen. Und es ist einfach auch so, dass die Menschen nicht symmetrisch sind. Da haben wir uns auch schon öfter drüber unterhalten. Wir haben eine Händigkeit, zumindest die meisten Leute haben eine Händigkeit, ganz, ganz wenig, die wirklich beidarmig alles machen können. Ja gut, und wenn du überlegst, wir bestehen ja aus Druckverhältnissen im Körper. und die sind ja logischerweise, weil unsere Organe auch nicht hundertprozentig symmetrisch sind, ist es ja auch komplett logisch, dass es auch nicht alles symmetrisch sein kann, weil wir ja, wie gesagt, aus Druckverhältnissen ja auch bestehen und mit unserer Umwelt interagieren. Wenn man es mal aus der Sichtweise betrachtet, ist es ja auch gut, dass wir asymmetrisch sind. Ja, und die meisten Sportarten, würde ich sagen, sind auch asymmetrisch. Ja. Also das Crossfit, wenn man es jetzt nur links-rechts sieht, eine der wenigen Sportarten, die fast komplett symmetrisch ist, weil selbst wenn man einarmige Sachen macht, macht man links-rechts immer gleich viel. Aber wenn ich aus dem Volleyball komme, ist logischerweise meine rechte Seite durch die Schlagbewegung, muss ich mehr rotieren können, muss die Schulter mehr strecken können, das heißt, ich habe da schon eine eingebaute Disbalance. Die meisten Läufer, die auf der Bahn laufen, laufen immer nur links rum um die Bahn. Das heißt, du hast da nicht Disbalance. Ein Fußballer, das Schussball. Ja, wie gesagt, ich finde das Sport nicht so passend. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum Greg Lesman gesagt hat, dass man eben andere Sportarten auch regelmäßig spielen soll, eben weil er schon gecheckt hat, dass viel vom Crossfit halt sich in einer Ebene, sag ich mal, bewegt. Und das ist halt, also im Idealfall, wenn du dir jetzt wieder Games-Athleten anschaust, die schleppen Odd-Objects, die klettern Seil, die machen Trailruns, die machen ja viel von diesen anderen Sachen. Aber die Games-Athleten zum Beispiel sagen, ja, so 80 Prozent der Zeit trainieren wir halt die Sachen, die jetzt quasi nicht bei den Games drankommen, was ja sehr, sehr, sehr klassisch, eindimensional, sag ich mal, weil man muss es ja auch zu den Games schaffen. Das heißt, du musst in diesen Sachen gut sein, bevor du dann bei den Games die Sachen hast, die außergewöhnlicher sind. Und erst da fängt man ja eigentlich dann wirklich, sag ich mal, mit dem interessanten Training anscheinend an. Und das finde ich ein bisschen schade, weil man sollte halt wirklich auch, gerade wenn du für den Alltag trainierst, sollte da eben viel mehr so unilaterales Zeug dabei sein. Sollte mal ein Sandsack mit dabei sein. Kannst du mal irgendwie ein Seil klettern oder wer was auch immer machen. Was auch immer, ja. Ich glaube, man versteht das schon. Nimm mal eine Kurzhantel und du kannst im Prinzip alles mit einer Kurzhantel machen und sinnvoll trainieren. Du brauchst die Langhantel theoretisch nicht. Du brauchst die wirklich nicht. Also klar, macht es Spaß mit dir so. So ein Snatches, was cool ist. glaube ich, auch mitentwickelt worden, um die möglichst großen Lasten bewegen zu können. Weil es einfach dann stabiler ist und du zwei Hände oder zwei Beine hast für eine Langhantel, hast du die Rotationskomponente fast draußen. Du hast die Disbalance der Seiten erst einmal draußen, weil die stärkere Seite übernehmen kann. Ich glaube, zum Bewältigen möglichst großer Lasten ist der Langhantel da. Daraus hat sich sie auch entwickelt. Aber für den Alltag funktionell zu trainieren sind Kettlebells oder Kurzhanteln viel angenehmer. Ja, ich glaube, auch wenn du es jetzt mal so betrachtest, wenn du jetzt, sage ich mal, 50 Kilo links und rechts in der Hand hast und du kannst das immer wieder beim Beispiel Kurzhantel lang drücken, ja, glaube ich, dass du einen relativ massiven Bench an der Langhantel dann schon auch hast, wenn du die Kurzhantel achtmal pro Seite drücken kannst. Aber du kannst halt dann trotzdem das Gewicht nur auf die Langhantel bringen. Ja, ja, klar. Also da besteht, mit der Langhantel besteht erst die Möglichkeit, so absurde Lasten zu bewegen. Die Frage ist halt, braucht man es unbedingt so? Wahrscheinlich nicht, außer du machst es als Sport. Ja, außer du machst es als Sport. Ob du als Gewichtheber bist, Powerlifter, Großfutter. Deswegen habe ich ja vorher gesagt, Snatch macht Spaß, ist eine coole Übung, genauso wie ein Clean & Jerk, klar, macht es auch schnell, kräftig und so, hat alles seine Vorteile. Aber wirklich so die essentiellen Dinge findest du tatsächlich in viel einfacheren Übungen und reichen auch vollkommen, dass man da eben, gerade wenn es jetzt um Verletzungspräventation oder sowas geht, kannst du unfassbar viel mit Kurzhantel oder sowas halt machen. Und mir ist vorhin noch ein Punkt eingefallen, wie du was gesagt hast, zum Nicht-mit-Schmerz-Trainieren. Gerade wenn man dann mal außerhalb seiner gewohnten Bewegungen trainiert, muss man schon unterscheiden zwischen Schmerz, es geht was kaputt, und Schmerz oder Unwohlsein, weil ich nehme Sachen her, die ich noch nie benutzt habe. Also da gibt es eine feine Unterscheidung. Wir haben das ganz oft, wenn die Leute schon so ein bisschen Angst haben, es ist schweres Gewicht, ja, aber ich merke jetzt den unteren Rücken. Egal bei was. Und man sagt dann aber, ja, ich schau drauf und die Positionen passen gut und dann stellt sie dir irgendwann raus, okay, durch den ganzen Tag sitzen ist der untere Rücken einfach schwach. Und was sie in dem Moment merken, ist, dass der untere Rücken plötzlich Spannung hat. Und das kommt dir im System nicht vor. Weil der eben nicht schwach ist, sondern weil die Position, in der du dich befindest, dir nicht ermöglicht, ihn jetzt herzunehmen. Das ist, wer eigentlich ist. Genau, du hast keine Rückenmeldung, weil er lange auf Gehnung ist und dann plötzlich hast du eine Kontraktion drin, eine halt Spannung oder mehr Spannung wie vorher. Ja. Genau, und das denke ich, muss man gerade, wenn man für Nachverletzungen oder Mitverletzungen irgendwie rundum trainiert, da wird es ganz oft sein, dass man plötzlich kleinere Muskeln hernimmt oder plötzlich seine schwächere Seite mehr hernimmt. Und dieses Unwohlsein oder dieses Leicht, oder was Spüren, kann auch stark was Spüren sein, was man noch nie hergenommen hat, muss man zu unterscheiden lernen von dem Schmerz. Ich mache was, es geht was kaputt. Klassisch ist ja auch Standwaage. Wenn man die ersten Male in der Standwaage steht, denkt man ja in der Hüfte, das verkrampft alles, das ist ja furchtbar. Aber es ist einfach nur ein ungewohntes neues Ansteuern. Ja. Also ich glaube, wenn ich mir drei Sachen aussuchen müsste, sagen wir mal, du bist schon verletzt und das Kind ist da jetzt mal schon in den Brunnen gefallen, klar, das allerbeste ist, du trainierst so smart, dass es gar nicht erst dazu kommt. Aber wenn es dann... Na gut, aber es kann dir immer was passieren. Also es ist ja kein Vorwurf. Auch wenn du dich, ob du dich jetzt hier verlässt oder draußen, es kann einfach mal blöd laufen. Ja. Es ist einfach der Lauf der Dinge, dass mal was daneben geht. Also wenn ich mir drei Sachen aussuchen müsste, dann wäre es tatsächlich wahrscheinlich viel so negative Bewegungen mit einem Gewicht. Also dass du einfach die entsprechende Muskulatur oder wo auch immer jetzt sage ich mal... Das meint so exzentrikt. Ja, genau. Nur mit dem Ausdruck, glaube ich, können jetzt unsere Hörer nicht so viel anfangen. Ja, negativ, gegen Last. Ja, also jetzt zum Beispiel, du hast jetzt Schmerzen, sage ich mal, im Ellbogen oder du hast Schmerzen irgendwie auf... Ja, Ellbogen kann man nicht... Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Oder Bizeps oder was weiß ich was. Dann kannst du zum Beispiel einen Curl machen, den du einfach langsam runterlässt und dir, sage ich mal, wieder hochhelfen. Du kannst zum Beispiel auch für den Unterarm, kannst du es gleich auch mit einem Wristcurl machen, dass du da einfach die Spannung aus den jeweiligen Sachen halt rausbekommst. Und man darf da, glaube ich, auch eine Sache nicht vergessen, so sich Hilfe suchen. Jetzt gerade so Osteo, Hero, was weiß ich was. Das ist alles richtig schön und es hat sicherlich auch so seinen Platz. Aber die absolute Priorität, um wieder gesund zu sein, ist eigentlich, dass du lernst, deinem Körper, also sagen wir mal so, den Input, den du selber gibst, das ist der wertvollste. Ja. Also wenn du es wirklich schaffst, deinem System wieder das so zu erklären, so hey, wenn ich mich so und so und so bewege und dann spüre ich jetzt, sage ich mal, diese und diese Muskulatur so und so und bringe mich wieder in eine gute Position, dieser Input ist tatsächlich doch nichts zu ersetzen. Du kannst natürlich sagen, so du gehst jetzt mal zur Osteo und danach ist, sage ich, alles wieder so hingerichtet, dass das eine gute Idee ist. Dann musst du natürlich diesen Zustand versuchen zu erhalten und das ist natürlich dann hilfreich, weil du hast ja vielleicht mal kurz das Gefühl gehabt, ah, so fühlt es sich an, wenn alles wieder seinen Job macht. Hilft dir aber nichts, wenn du danach wieder deinen gleichen Scheiß machst. Vor allem weil dein Gewebe, dein Bindegewebe, deine Muskeln, alles nicht stärker wird. Es ist zwar korrigiert, aber meistens, wenn irgendwas nicht passt, hat es ja seine normale Position verlassen und das muss man eben stabilisieren lernen. Und was du angesprochen hast, mit der Exzentrik, das Beispiel kennt jeder von euch, der ab und zu in den Bergen war, das Berg runtergehen. Das ist genau die Exzentrik. Ihr habt quasi eine Dehnung, auf den Muskel drauf, während ihr quasi mit Druck den Berg runtergeht. Das kann richtig anstrengend werden. Genau. Und das ist das, was über die Zeit, die Muskeln und das Bindegewebe und vor allem die Sehnen stärker macht. Ja. Also man macht ganz viel, wenn das Knie instabil ist oder wenn die Patellasehne auch entzündet ist, dass man dann negativ runtergeht. Ja, oder isometrische Sachen. Man geht in die Kniebeuge runter. Also einfach dann, sag ich mal, auch an einer Stelle bleiben. Oder Klassiker, wenn man Pull-Ups lernt, oben anfangen und langsam exzentrisch schlug. Ja, da halte ich immer nicht so viel davon, weil... Ob es jetzt zum Pull-Up-Lernen gut ist oder nicht, aber es ist einfach mal zum Kontrolle kriegen und das Gewebe dran zu gewöhnen, weil exzentrisch, ich erinnere mich dunkel im Studium, dass man exzentrisch, glaube ich, 100 Prozent, 130 Prozent von dem hat, was man konzentrisch bewegen kann. Also wenn man beim Beispiel Bizeps-Kör bleibt, wenn ich jetzt 20 Kilo hochkörlen kann, dann kann ich mit Kontrolle 25 Kilo grob runterlassen. Ja, also das trifft auch zu, das habe ich beim Curl auch getestet. Beim Pull-Up mache ich die negative Bewegung nicht ganz so gerne, weil sie dann schon auch so belastend für den Ellbogen und so halt sein kann, weil wenn du die Kraft noch nicht hast, dann kann das halt einfach auch schief gehen. Und meistens, wenn du den negativen Pull-Up kannst, dann bist du schon relativ nah dran. Also den kannst du schon machen, wenn du ein gewisses Level halt hast, aber den machen halt leider viele, die noch nicht wirklich eine Kontrolle dabei haben. Deswegen ist es so ein bisschen zwei-schnelliges wert. Ja, das war nur als Beispiel für die Exzentriker. Das wäre auf jeden Fall das Erste. Und das Zweite haben wir auch schon angesprochen, dann quasi dieses statisch halten in manchen Positionen, das ist eigentlich auch so ähnlich. Und ich habe jetzt auch angefangen, viel so mit so Seilzug, Schnick, Schnack und so zu machen. Also gar nicht so sehr unbedingt Gummibänder, die kann man natürlich auch hernehmen, weil man den Widerstand, der ist ja nicht immer gleich beim Gummiband, sondern nimmt dann halt zu. Aber so ein Seilzug, einfach, dass du wirklich sagst, hey, ich mache jetzt einfach eine gewisse, also jetzt gerade so Zugbewegungen, die funktionieren wunderbar, Kurzhantel drücken, also Drückbewegungen, Zugbewegungen, kannst du halt wirklich easy mit einer Kurzhantel oder mit so einem Seilzug halt einfach machen. Und da kannst du dich ja in die vogelbildesten Positionen bringen, kannst dich ja auf den Boden legen und kannst mit dem Seilzug anfangen, so Schwimmbewegungen zu machen. Und dann kannst du dir einfach wirklich die Range aussuchen, okay, wo ist es jetzt gerade, wo es bei mir in Anführungsstrichen hangt? Und dann bewegst du dich da einfach unter der Last, die du gut managen kannst. Dann machst du nämlich genau dein Krafttraining, machst dein Mobility, machst dein Reha, machst alles in einem und dann fällt dir eigentlich auf, okay, wenn ich es jetzt eigentlich mache, ist Training eigentlich immer das Gleiche. Ob ich da jetzt einen Mobility-Titel drauf klatsche oder nicht, ist irrelevant, sondern ich bewege mich einfach in der Range und ja, deswegen sage ich, es ist eigentlich am leichtesten, du isolierst es und machst es halt mit einem Arm oder einem Bein oder drehst dich dabei oder was weiß ich. Ja, ich denke mal, was du sagst, läuft viel auf das raus, wie sich jetzt zusammenfassen würde, ist, jeder hat ja für seine ganzen Gelenke und seinen ganzen Körper so einen gewissen Range of Motion, so einen gewissen Spielraum und den sollte man immer unter Kontrolle haben, weil jeder kennt das, dass man sich passiv in Positionen reinhocken kann und dann drin schlumpft, Nein, das kennt nicht jeder. Ja, glaube ich schon, dass es mehr Leute kennen, als man denkt und dass man aber in jedem Millimeter einer Bewegung sollte man die Kontrolle drüber haben, man sollte kein Loch drin haben, über das man jetzt drüber fällt. Paradebeispiel ist, da finde ich wieder das Squat, dass man halt irgendwann lernt man runter zu gehen. Am Anfang ist man nicht beweglich genug vielleicht, dass man nicht tief genug kommt und irgendwann ist das alles durch Training, durch Mobility auf und ich gehe im Squat runter, habe dann aber schon gelernt, den Bounce zu benutzen und lasse mich dann quasi unter Parallel so ein bisschen fallen, um dann den Bounce zu nutzen, um wieder hoch zu gehen. Das heißt, ich habe dann in dem unteren Stück, wo du den Bounce hast, keine Kontrolle. Und das heißt, da ist dann auch die Spannung auf der Muskulatur kurz weg, weil ich folge einfach der Schwerkraft und muss dann aus quasi keiner Spannung mehr wieder die Muskelspannung aktiv aufbauen und mich hochschieben. Und ich finde, man sollte in jeder Position, ob es ein Push-Up ist, ob es ein Klimmzug ist, ob es ein Squat ist, an jedem Punkt anhalten können. Dass es da zeigt, ich habe über jeden Grad oder über jeden Zentimeter meiner Bewegungsamplitude habe ich die Kontrolle und nicht die Bewegung kontrolliert mich. Ja, schon. Also, ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man es kann. Ich glaube nicht, dass das jeder so gerade bei jeder Übung natürlich am Anfang hinbekommt. Nein, nein, aber das wäre das Ziel, weil damit minimiere ich auch die Verletzungswahrscheinlichkeit. Weil wenn ich immer die Kontrolle habe, dann habe ich kein Loch in einer Bewegung drin, über das ich mich immer irgendwie drüber mogle. Und wenn mir genau in dem Winkel dann was passiert, dann habe ich keine Kontrolle. Ach so, mir ist übrigens die letzte Sache noch eingefallen. Und zwar habe ich viel da auch mit so Overcoming Isometrics gemacht. Für diejenigen, die es nicht wissen, dann nimmst du dir einen unüberwindbaren Gegenstand und versuchst dagegen halt Kraft aufzubauen. Logischerweise kannst du damit nichts machen. Jetzt nur mal so ein Beispiel. Viele von denen, die bei mir in Co-Mobility schon mal waren, haben das bestimmt schon gemacht. Du klemmst dir so einen Block ein. Die Übung habe ich von meinem Mobility-Coach. Den Block klemmst du dir zwischen Hintern und Ferse ein. Das Ganze machst du und im Ausfallschritt. Und wenn du dann für drei Wiederholungen a fünf Sekunden den Block so fest gegen deinen Hintern drückst, den du nur kannst und danach den Block rausnimmst und sage ich noch mal so fünf Kicks gegen deinen Hintern machst und dann noch mal hältst, wie du dann deine Hamstrings spürst und aber auch gleichzeitig vorne alles locker lässt und wirklich dann, dass du merkst, okay, ich kann jetzt einmal meine Hamstrings anmachen und ich kann jetzt auch einmal meine Quads anmachen und nicht beides unbedingt gleichzeitig, da lernst du plötzlich eine ganz andere Range of Motion und Mobility in Anführungsstrichen kennen, einfach nur, weil du gelernt hast, was du locker lässt und was du anspannst. Und das ist eigentlich genau der Schlüssel, dieses sich so bewegen lernen, dass du durch die Position ja einfach festlegen kannst, in was für eine Range du jetzt so kommst. Und das ist ja auch der Schlüssel, wenn du dich so bewegen kannst, auch der Schlüssel dann, um halt, wie gesagt, was wir vorher schon gesagt haben, mit dem herauszufinden, was macht seinen Job nicht und wie kann ich dann, wenn ich irgendwo ein Bewegchen habe, mich wieder dahin bewegen, dass ich da den Zug, sage ich mal, rauskriege. Jetzt mal zum Beispiel auch nochmal Beispiel Ellbogen, wenn du es schaffst, also sagen wir mal so, du machst deine Klimmzüge immer falsch und den Job, den eigentlich dein Latt machen sollte, macht einfach dein Arm, jetzt mal auf gut Deutsch. Und deswegen sagt der Ellbogen irgendwann so, hey, ich mache doch nicht die ganze Arbeit, jetzt tue ich weh. Dann ist es ja logisch, dass wenn du lernst, deine Schulter richtig im Raum zu bewegen und dann wieder mehr Last auf den Latt kommt, dann hat der Ellbogen sozusagen Deload. Einfach nur, du machst genau die gleiche Arbeit wie vorher, aber der Ellbogen hat frei in Anführungsstrichen und dann kann er wieder gesund werden. Also so stelle ich es mir ungefähr vor. Du machst eigentlich die gleiche Sache, aber dadurch, dass du halt wieder alles ein bisschen umschichtest und jeder lernt, seinen Job zu machen, ja, so ist es halt wahrscheinlich in der Firma auch. Einer fährt in Urlaub und alle anderen kriegen es ab und der eine arme Trottel fährt nie in Urlaub. Der muss immer alles ausbauen. Das ist der arme Ellbogen, genau, in dem Fall jetzt. Ja, ich glaube, können wir es eigentlich auch gut sein lassen. Ihr habt wahrscheinlich je die Hälfte der Folge nicht hören können, weil die Post so laut war. Ich bin gespannt, ob die überhaupt brauchbar ist. Ich glaube schon. Genau. Wir fliegen ja demnächst weg. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder zurück... Wir sind schon weg in dem Moment, wo ihr das hört. Die Folge kommt genau an dem Wochenende raus, wo genau die Wettkämpfe stattfinden. Okay, also so im Sinne von zurück in die Zukunft. Genau. Was ich aber mir wünschen würde, wenn wir dann quasi aus Aruba wieder zurückkommen, dass ich endlich mal die Bewertungen auf Spotify ein bisschen hoch... nach oben gehen. Ja, das wäre ein mega geiles Ziel. Also, würde mich echt freuen, wenn ihr den Podcast auf Apple Podcast oder Spotify hört, dass ihr da mal ein paar Bewertungen hin klatscht, das schafft ihr schon. Ich glaube auch. Das ist ja mega cool. Das ist eure Hausaufgabe. Ja, wenn ihr so lange bis jetzt dran geblieben seid, dann schafft ihr das. Dann schafft ihr das auch. Ja gut, Freunde, dann. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020